Es ist ein bisschen Pause angesagt bei den Indizes, aber nichts Drastisches, zumindest mal bei den meisten Indizes sieht es nicht so übel aus. Gucken wir zuerst auf den DAX, da geht es gerade ein wenig nach unten. Ihr seht das, wir hatten hier im 15 Minuten Chart eine deutliche Aufwärtsbewegung. Manch einer würde vielleicht hier sogar sagen, ist das nicht irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, sogar so ein bisschen intern diese Fünffälligkeit. Jetzt wäre es doch an der Zeit hier so eine ABC im Kleinen zu bekommen. Ja, warum nicht? Und das würde durchaus passen auf das Bild im Großen, denn da haben wir hier im Großen dieser ABC hier jetzt das Kleine. Also das, was ich hier gezeichnet habe, ist ungefähr das, was ihr hier seht. Das würde durchaus passen und die Zwischenhochs wären nach wie vor eher Indikationen für die Longseite, also die Fortsetzung nach oben, Ziele irgendwie 15.800 wären dabei möglich und damit ja sogar nochmal auf neuen höheren Niveaus. Das wollen wir mal sehen, ob das passiert, das sage ich euch dann im Nachhinein, aber die Chancen dafür sehe ich gar nicht so schlecht, denn zumindest hier sehen wir, dass die letzte Abwärtsbewegung hier klar dreiwellig war und das ist eher nicht das Zeichen, dass wir in diese Richtung gehen. Aber natürlich, wenn wir hier durch diese Zwischentiefs gehen, dann ist die Gefahr groß, dass wir auch das nochmal sehen. Also da habt ihr den Türöffner für weiter tiefere Notierungen und das würde dann natürlich auch schnell die 13.800 wieder in den Fokus rücken. Solange der Kurs hier aber nur auf dieser Strecke so halbwegs Richtung 1500, nein, 15.000 im Himmelsfeld, Notfalls auch noch 14.900 hier runter käme, wäre die Sichtweise der Longseite, wenn das möglichst korrektiv passiert, nach wie vor eben gültig und attraktiv und absolut handelbar, auch für die Longseite. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Das ist eigentlich das gleiche Bild, mehr oder weniger, da ist die Pause noch nicht so deutlich sichtbar, trotz alledem, wir hatten ja hier schon drüber gesprochen, da waren es ungefähr 33.300, vielleicht knapp drunter, so die ungefähre Zielmarke dieser Idee. Also auch hier gilt, solange wir wackelig runterkommen, alles safe. Dafür ist der Anstieg, den wir hier im kürzeren Bild hier seit dem 23. hatten oder 24. war es, zu deutlich, zu stark. Also das Bild, was ich hier, das ist noch von gestern die Zeichnung, was wir hier hatten, Das ist noch zu präsent als Idee für die Longseite, jetzt lass den armen Kerl doch mal eine Pause machen. Also wenn die Marktteilnehmer nur schwach eben nach unten tendieren, wäre das noch kein wirklicher Makel hier für die bullische Seite und wir hätten eine realistische Chance, dass es noch mal ein Stück weit nach oben geht. Beim S&P ist das zumindest mal im Kurzfristigen fast ähnlich. Das ist eigentlich die Zeichnung von gestern. Ich mache das noch mal ganz frisch hier. Da seht ihr die Aufwärtsbewegung. Da seht ihr jetzt diese Abwärtsbewegung. Ich mache es mal in groß, damit man das noch mal sieht. Das Tief, das war das vom 24. Das Hoch war am 27. Da habt ihr nicht so viele Varianten. Das findet ihr am eigenen Chart mit Sicherheit ganz schnell. Und die Abwärtsbewegung bis jetzt hat zumindest irgendwie was sehr Korrektives. Aber wenn der Kurs sich jetzt nach unten weiter fortsetzt, dann ist das Bild natürlich schnell kaputt. Und die Long-Seite wäre dann wieder interessant, wenn wir diese Zwischenhochs ungefähr bei 4.022, ungefähr bei 4.027, wenn wir das durchstoßen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das irgendwie noch mal nach oben fortsetzen. Und dann seht ihr, dann sind auch notfalls 4.080 noch mal wieder denkbar. Also insofern, so richtig doof ist diese Abwärtsbewegung noch nicht, auch wenn viele jetzt sagen, ja, es geht ja halt runter. Wenn wir es noch mal in der Größenordnung messen vom tiefsten Punkt jetzt hier, das war am 24. März ungefähr bei 3.940 oder 37 oder was es war. Ja, das war die Aufwärtsbewegung. Wir wissen, dass Korrekturniveaus sowieso klassischerweise gerne in diesen Bereich reinkommen. Also auch was das angeht, alles erstmal noch safe. Nur dann müsste er irgendwann auch mal drehen, wenn er sich hier nach unten weiterarbeitet, dann ist das bullische Bild kaputt. Ja, da werden jetzt viele sagen, klar, wenn er nach unten geht, ist das bullische Bild kaputt. Aber dann ist es ja zu spät. Nee, umgekehrt. Es wäre zu früh, um jetzt auf die bullische Seite zu gehen. Also aus meiner Sicht ist es abzuwarten, bis er die Oberseiten durchstößt. Ein etwas aggressiverer Einstieg, 4.0109 wäre ein Punkt, den man sich vorstellen kann. Ist mir zu aggressiv. Ich würde lieber diese Seite sehen. Also wenn ich hier so ein bisschen so Trendkanal mäßig aktiv sein sollte, das wäre eine Marke. Das war das Hoch vom 28. morgens um 9. Das könnte ich mir eher als eine Triggermarke vorstellen. Und selbst dann hätten wir ja noch ein gutes Stück Platz, wenn wir das Stück nochmal nach oben verlängern. Wie gesagt, auf dem Bereich, den ich vorhin genannt habe, 4.080. Vielleicht ein bisschen höher sogar. Und das wäre im übergeordneten Bild ja jetzt auch noch nicht wirklich ein Drama. Wenn ich hier das mal bis 4.080, dann sind wir hier. Ja gut, dann haben wir hier ein bisschen überschossen. Macht allerdings diese Aufwärtsbewegung nach wie vor nicht wirklich viel attraktiver im Sinne einer bullischen, dynamischen, impulsiven Bewegung. Es bleibt dabei, dass das, was die Marktteilnehmer hier nach oben fabrizieren, korrektiv aussieht, genau nicht das ist, was ich mir idealerweise vorstelle. Und insofern würde ich mich da ein wenig noch mit der bullischen Seite zurückhalten, außer im kleinen Bild, wenn er das ja so ungefähr zeigt, wären das zumindest mal Möglichkeiten, die man im Handel haben kann. Insgesamt, im Größeren muss ich aber sagen, bin ich da sehr vorsichtig, habe ich die Sorge, dass das hier nochmal erreicht wird. So wie ich es in den letzten Tagen ja häufiger mal gesagt habe. Und wenn wir dann sogar nochmal das Tief vom 22. Dezember durchstoßen, ihr seht es, dann haben wir sogar realistisch nochmal die 3500er Marke da auf dem Kicker. Und der Nasdaq? Ja, der Nasdaq ist anders als die anderen Indizes, zumindest mal so im 5-Minuten-Chart, ganz schön stark auf der Abwärtsseite unterwegs aktuell. Also ihr seht das, dass die Abwärtsseiten stark sind, dreiwellig hoch, kein gutes Zeichen, dann das, dann wieder hier irgendwie sowas. Also im Moment hat man nicht den Eindruck, dass die Bullen den Nasdaq lieben. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, hier verlassen alle fellflüschigen Tiere das sinkende Schiff. Also insofern nicht optimal aus bullischer Sicht, da jetzt einzusteigen. Es gibt aber eine gewisse Hoffnung, nämlich die begründet sich aus sowas wie einer Bullenflagge, die hier noch entstehen kann. Wenn der Kurs in etwa so die 12.560 plus minus sieht, manch einer wird vielleicht noch sagen, guck mal, da haben wir doch noch inzwischen hoch, guck mal, da haben wir doch noch inzwischen tief. Also ich würde mal den Nagel in die Wand hauen, da gibt es bestimmt noch eine Fibonacci-Marke, die machen wir doch auch noch mit dazu. Naja, so richtig klastern tut es nicht. Aber ich sage mal ganz groß, das wäre sicherlich, wo die, die vielleicht sagen, es ist wirklich schon so schlimm, die werden in diesem Umfeld, ich sage jetzt mal ganz grob, das hängt so ein bisschen davon ab, wann diese Marken erreicht werden. Wegen der fallenden Trendlinie hat das ja noch eine gewisse Komponente. Aber ich sage mal ungefähr bei 12.563, eventuell noch 12.444, da hätten wir dann so nochmal so eine gewisse Restunterstützung, wenn der Markt da wirklich den Dreh schafft. Ja, dann Augen zu und nochmal Po-Backen zusammenkneifen, hat man früher immer gesagt, und dann nochmal nach oben. Aber da müsste er dann auch drehen. Im Moment sehe ich das noch nicht. Es würde anders aussehen, wenn der Kurs vielleicht heute im Nachmittagsbereich irgendwann mal eine steile Aufwärtsbewegung, also nicht dreiwellig, wie wir das hier hatten beispielsweise, oder wie es hier mehr oder weniger war, oder im Kleinen, sondern eine starke Aufwärtsbewegung und dann korrektiv nach unten. Also das Bild sich umkehren würde, dann hätte man zwar, viele schimpfen dann immer, diesen ersten Teil verpasst, aber auch eine gute Voraussetzung, dass sich nach der Korrektur, sprich nach Bruch des Zwischenhochs, diese Richtung nochmal fortsetzt. Das ist zumindest ein typisches Verhalten für den Markt. Das ist nicht immer so, aber man sollte ja typischerweise oder normalerweise davon ausgehen, dass sich der Markt vorrangig eher so wie normalerweise bewegt. Und normalerweise kann man von solchen Grundverlaufsmustern eben durchaus ausgehen. Jetzt also Blindlinks kaufen, das ist mir zu vage, wenn der Kurs allerdings einen starken Anstieg macht. Ungefähr die Hälfte wieder runterkommt des starken Anstiegs jetzt, oder zumindest mal so 38 Prozent. Ihr habt das gesehen, wie ich die Marken zeichne. Dann wären die Zwischenhochs mögliche Trigger für diese Longseite. Und das könnte dann hier entsprechend ebenfalls nochmal sein, dass vielleicht hier, vielleicht ergibt sich dann auch noch ein anderer Zwischentrigger, da nochmal Longsituationen ergibt. Das ist aber eine andere Geschichte, die werden wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufgreifen. Für heute Nachmittag ist das wahrscheinlich nicht relevant. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, toi 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 für den Nachmittag. Ganz liebe Grüße und bis bald.